Hit Radio FFH sucht Hessens Next Topwitz. Heute bin ich in der Wetterau in Echzell bei Helmut Schad, vielen bekannt in der Faschingszene als die Doofnuss. Hallo. Ich habe gehört, du sammelst das ganze Jahr über immer Witze. Ja, das stimmt, ja. Ich schneide mir dann Witze aus, als Illustrierten. Dann wollen wir jetzt auch mal einen Witz von dir hören. Ja. Die Oma hatte Besuch von ihrer Freundin, der Gerdá. Ja, die gehen spazieren, kommen auf eine Brücke. Da guckt die Gerdá runter und sagt, du, was ist denn das für ein Fluss? Ist das der Main oder die Lahn? Sag ich, die Oma, das weiß ich auch nicht so genau, aber ich krabbel mal nur und gucke mal. Die Oma kommt wieder hoch, sag ich, die Gerdá, wie siehst du das aus? Haben sie es aus, Ruck kaputt, Blus zerrisse. Sag ich, die Oma, das ist nicht der Main oder die Lahn, das ist die A5. Hessens Next Top Witz in Guten Morgen Hessen. Jetzt mitvoten bei FFH im Web und in der App.